hallo leute heute ist wieder update tag und jetzt kommt das dritte video natürlich zum update wie sollte es anders sein ich habe wieder alle üblichen verdächtigen abgegrast um zu schauen was heute reduziert sein könnte und ich habe natürlich einige sachen gefunden zum beispiel die bögen sind um minus 40 prozent reduziert wer noch keinen verbesserten bogen hat zum beispiel der kann sich den jetzt zulegen bei maggie ist zum beispiel heute und die ganze woche natürlich die broschüre für den schwarz gebrannten reduziert also werde ich schon lange haben heute bitte schön zugreifen ich wusste ein bisschen gehen weil das haut mir jetzt nicht vom rocker genauso wie 50 prozent reduzierung für alle köder ok meine playstation figur hat keine grünen köder mehr die kann ich jetzt zu legen aber das hätte ich jetzt für die keine ahnung 24.000 dollar auch noch bezahlen können das wäre jetzt nicht das ding gewesen also das ist bis jetzt mau und mit den broschüren geht es auch jetzt weiter und zwar bei harriet haben wir die ganzen naturkundler broschüren reduziert und da gibt es unterschiedliche reduzierung so wie ich das gesehen habe ich habe es kurz mal durchgerechnet minus 30 bis minus 40 prozent also ist nicht jede broschüre gleich reduziert und beim heller haben wir auch reduzierungen bei den broschüren und ja der hat natürlich den raubtier köder auch mit dabei aber trotzdem reduzierung bei den broschüren wer broschüren braucht legt sich diese woche broschüren zu wer köder auffüllen will und gern bogen braucht aber das ist jetzt echt noch mal ich hoffe auf den newswire dass da noch was kommt dass da irgendwelche sachen mit xp und so und dollar und so dabei sind ich halte euch auf den laufenden kann sein dass ich noch ein 40 video mache glaube ich aber eher nicht ich schreibe es dann lieber in die kommentare rein das war es dann und ich sag tschau also das war mau ich sag trotzdem tschau